Freundinnen und Freunde der Sterne, liebe Community, willkommen zu diesem Beitrag über die Finsternissaison. Sie geht los mit einer Mondfinsternis im Zeichen Waage. Das ist dann der Vollmond am Montag, den 25. März um 8 Uhr. Und zwei Wochen später haben wir dann eine spektakuläre, totale Sonnenfinsternis im Widder. Und zwar am Montag, den 8. April um 20.20 Uhr. Beide Finsternisse werden hier bei uns nicht zu sehen sein, aber wir werden sie garantiert fühlen. Und warum spreche ich im Zusammenhang mit der Sonnenfinsternis vom großen Neustart? Nun, eine Sonnenfinsternis gilt als mächtiges Zeichen der Veränderung und des Neubeginns. Sie tritt auf, wenn sich zu einem Neumond der Mond zwischen die Erde und die Sonne schiebt, was das Sonnenlicht teilweise oder bei einer totalen Sonnenfinsternis eben auch für kurze Zeit vollständig blockiert. Eine Sonnenfinsternis ist also immer auch ein Neumond. Und dieses astronomische Ereignis symbolisiert in der Astrologie eine Verdeckung des Bewusstseins oder einen Moment der Selbstreflexion und der inneren Erneuerung. Die Sonnenfinsternis kann als eine Art kosmischer Reset-Knopf gesehen werden, als Signal für einen großen Neustart. Sie bringt Themen und Situationen zum Vorschein, die tiefgreifende Veränderungen oder Transformationen benötigen. Und weil die Sonne das Grundprinzip des Lebens und der Identität repräsentiert, kann eine Sonnenfinsternis wichtige Wendepunkte im Leben eines Individuums markieren. Oft in Bezug auf persönliche Entwicklung, Beziehungen und Karriereentscheidungen. Sie kann uns neue Möglichkeiten eröffnen, uns aber auch herausfordern, uns von alten Mustern, Beziehungen oder Projekten zu lösen, die nicht mehr zu unserem Wachstum beitragen. Und für alle Singles bringt sie besondere Chancen, den Seelenpartner zu treffen. Die Finsternisse, die wir jetzt erleben, finden auf der kosmischen Beziehungsachse Widder und Waage statt. Deshalb geht es auf der kollektiven Ebene um unser Beziehungskarma. Und das geht uns alle an. Und wie die Finsternisse individuell auf euer Sternzeichen und euren Aszendenten wirken, Darauf gehe ich in meinen beiden Monatshoroskopen näher ein. Alles über die Vollmondfinsternis am 25. März erfahrt ihr im Märzhoroskop und alles über die Sonnenfinsternis am 8. April dann in meinem Monatshoroskop für den April. Und die Videos verlinke ich natürlich unten in der Videobeschreibung, wobei das April-Video ja erst Ende der Woche online geht. Die Finsternisse werden hier in Deutschland und Europa nicht zu sehen sein, aber wir werden sie garantiert fühlen. Fangen wir an mit der Vollmondfinsternis am 25. März. Die ereignet sich frühmorgens um 8 Uhr. Das heißt, die Wirkung entfaltet sich schon in der Nacht zuvor und wir können sehr gut den Sonntagabend für eine Meditation nutzen. So eine Mondfinsternis wirkt viel stärker als ein normaler Vollmond und was in diesen Tagen passiert, wird sich für die nächsten drei Monate auswirken. Deshalb lohnt es sich, achtsam mit Gefühlsangelegenheiten umzugehen. Erfreulich ist, dass wir im Horoskop der Mondfinsternis schöne konstruktive Konstellationen haben und das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Zu Vollmond stehen sich ja Sonne und Mond immer genau gegenüber. Der Mond steht hier im Zeichen Waage und gegenüber die Sonne im Widder. Und dieses himmlische Paar bildet eine harmonische Energie zu Transformationsplanet Pluto. Das wirkt entlastend und schenkt uns Zuversicht. Wir bekommen die Gelegenheit, ohne Angst über die anstehenden Veränderungen der Luftepoche nachzudenken und darüber, was sie für uns bedeuten. Deshalb dürfen wir mit einem positiven Mantra in diese Vollmondmeditation gehen. Zum Beispiel Ich öffne mich dafür, welche Veränderungen jetzt in meinem Leben anstehen und erkenne das Gute darin. Und vielleicht handelt sich das ganz konkret um was, was gerade passiert ist. Hinter uns liegt ja eine harte Konstellation von Mars und Uranus. Ich hatte angekündigt, dass sich Zusammenstöße und Unfälle häufen könnten und ich habe viele Rückmeldungen von Menschen bekommen, denen das tatsächlich passiert ist beziehungsweise die gespürt haben, wie viel Anspannung in der Luft lag. Und jetzt ist es eben an der Zeit, das zu integrieren und zu überlegen, okay, hat mich dieses Ereignis, auch wenn es unangenehm war, vielleicht genau in die Richtung gepusht, wo ich sowieso schon hin wollte, sodass es mir letztlich zugute kommt. Oder hat sich dadurch etwas Neues in meinem Leben aufgetan, was ich rückblickend als notwendig oder sogar konstruktiv erkennen kann? Dazu gibt uns jetzt die Mondfinsternis die Chance, denn sie hilft uns, unsere Emotionen anzuschauen und zu sortieren und in Einklang mit unserem Bewusstsein zu bringen. Das gilt natürlich auch dann, wenn ihr gar kein Problem mit dieser Mars-Uranus-Spannung hattet, sondern einfach nur so spürt, dass bestimmte seelische Themen zum Mondfinsternis in euch aufsteigen und angeschaut werden wollen. Wir haben noch eine weitere günstige Konstellation zu Vollmond. Die beiden Göttinnen Lilith und Venus binden jetzt die Kräfte von Glücksplanet Jupiter und Revoluzza Uranus mit ein. Das ist ein Hinweis, dass sich jetzt unerwartete glückliche Fügungen ergeben können. Vielleicht meldet sich jemand, den wir schon lange vermissen oder in einem Kontakt zeigt sich plötzlich eine Lösung. In einem Konflikt meine ich. Zeigt sich plötzlich eine Lösung, über die wir vorher noch gar nicht nachgedacht hatten. Und nicht zuletzt bedeutet dieser Aspekt, dass rund um den Vollmond die Finanzsterne günstig stehen und es vielleicht diesbezüglich zu einer angenehmen Überraschung kommt. Man kann jetzt auch kleine Gewinne machen, ob am Aktienmarkt oder wenn man Lotto spielt oder bei einem Gewinnspiel mitmacht. Also, alles in allem ist die erste Finsternis dieser Saison eigentlich eine recht konstruktive Konstellation. Mehr Informationen, wie das auf euer Sternzeichen und euren Aszendenten wirkt, erfahrt ihr im ausführlichen Monatshoroskop für den März. Schaut doch da gegebenenfalls mal rein. Spektakulär ist dann die zweite Finsternis dieser Saison, nämlich die totale Sonnenfinsternis im Widder am 8. April. Das ist dann auch der Neumond im Widder, sicherlich der mächtigste Neumond des Jahres und ein gewaltiger Neustart. Das Horoskop dieses Neumonds ist wirklich sehr außergewöhnlich. Fast alle Planeten sind hier auf nur einem Viertel des Horoskopkreises konzentriert. Sie halten sich alle in den Zeichen Fische, Widder und Stier auf. Nur Pluto und Lilith erweitern dieses Bild der kosmischen Kräfte. Und im Grunde genommen konzentriert sich aber die ganze Energie, die richtet sich voll auf den absteigenden Mondknoten. Und das ist der Punkt, wo unsere Karma-Kräfte gebündelt sind. Der steht ganz im Beziehungszeichen Waage. Das bedeutet, dass unser Beziehungskarma eine ganz große Rolle spielt. Das ist die Symbolik von Ich und Du und ob wir zusammenkommen oder ob wir Feinde sind. Weltpolitisch ist das sicher sehr bedeutsam, denn hier geht es darum, wie das Karma aus politischen Beziehungen bzw. Auseinandersetzungen der Vergangenheit unser Hier und Jetzt beeinflusst. Das könnte uns rund um die Sonnenfinsternis sehr in Atem halten. Aber hier soll es ja um uns gehen, um unsere Community und wie wir damit umgehen können und was wir vielleicht auch dazu beitragen können, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Entscheidend ist, dass bei dieser Sonnenfinsternis Heiler Chiron ganz eng eingebunden ist. Also wirklich extrem eng. Ich zeige euch das hier mal. Die Sonnenfinsternis spielt sich auf 19,24 Grad im Widder ab. Das heißt also, Sonne und Mond stehen beide genau in diesem Grad. Und Chiron steht ebenfalls auf 19,24 Grad im Widder. Das ist jetzt aus astrologischer Sicht schon wirklich außergewöhnlich dicht und außergewöhnlich stark dadurch. Es geht also um das Karma, was durch alte Verletzungen in Beziehungen entstanden ist und wo wir jetzt die Chance einer Heilung haben. Denn es handelt sich ja immerhin um einen Neumond, einen gewaltigen Neuanfang. Und weil es eine Sonnenfinsternis ist, können wir es als einen kosmischen Reset-Knopf ansehen. Und eine Sonnenfinsternis wirkt auf jeden Fall noch neun Monate weiter, manchmal sogar ein ganzes Jahr. Und wir befinden uns jetzt auch schon im Einzugsbereich der Wirkung. Also für viele Menschen sind große Transformationen und Veränderungen im Leben auch schon bereits im Gange. Und in dem April-Horoskop gehe ich dann auch nochmal genau drauf ein, bei den Zeichen Waage und Widder, die am stärksten von dieser Veränderungskraft betroffen sind. Welche Geburtstagskinder und welche Aszendenten gerade und so weiter. Das erfahrt ihr dann da auch alles. Ich würde euch auf jeden Fall bitten, also alle, die spirituell arbeiten und sich auch die Zeit dafür nehmen können, eine Heilmeditation zu dieser Sonnenfinsternis durchzuführen. Vielleicht am besten synchron mit anderen zusammen, sodass dadurch eine starke Energie entsteht. Ich selber werde bei der Sonnenfinsternis live dabei sein. Ich fliege in die USA nach Dallas, wo der Schattenpfad der Finsternis entlangläuft und treffe mich dort mit meinem Mann und meiner guten Freundin Joni Patry, die als Astrologin super erfolgreich ist. Auch noch andere coole Astrologinnen sind dabei. Mein heimlicher Plan ist, dass ich dann währenddessen live gehe. Aber das mache ich dann spontan, wenn ich das fühle und auch wenn ich die technischen Möglichkeiten habe. Deswegen schaut am Tag der Finsternis mal bei mir auf Insta in die Story. Da halte ich euch auf dem Laufenden, ob das klappt. Aber eigentlich sollt ihr ja sowieso meditieren und einen Heilkreis bilden. Denn wir tun alle gut daran, Heiler Chiron zu würdigen und die Kräfte der Heilung aufzurufen. Und wir sollten die Bereitschaft mitbringen, unser Karma anzuschauen und zu erkennen, was wir vielleicht selber dazu beigetragen haben, dass wir jetzt die Heilung brauchen und suchen. Weil die kosmischen Kräfte so tief unter die Haut gehen, ist es eine tolle Zeitqualität für mächtige Neumondrituale. Dafür könnt ihr schon den Sonntag, den 7. April nutzen. Aber die tiefste Kraft hat so ein Ritual natürlich, wenn ihr es genau zum Zeitpunkt der Sonnenfinsternis durchführt. Und das wäre Montagabend um 20.20 Uhr. Und wie man so ein Ritual durchführen kann, das habe ich schon mal ausführlich mit euch in einem Livestream besprochen. Das Video könnt ihr euch jederzeit anschauen. Es heißt Göttinnen Neumond. Und ich habe dafür auch ein ausführliches Dossier auf meiner Homepage hinterlegt, was ihr gegen eine geringe Gebühr herunterladen könnt. Die Göttinnen Lilith und Venus spielen übrigens auch bei der Sonnenfinsternis eine wichtige Rolle. Wir können im Ritual Lilith die große Schamanien anrufen. Durch sie verbinden sich die Kräfte des Wachstums und der Revolution mit den Kräften der Natur und Spiritualität. Wir können also auf allen Ebenen an der Heilung arbeiten. Mit modernsten Medizintechniken ebenso wie mit ganz alten schamanischen Methoden oder feinstofflicher, homöopathischer Medizin oder auf Schwingungsebene. Das geht hier alles gut zusammen. Auch Liebesgöttin Venus hat eine wichtige Mission, denn sie hat einen freundschaftlichen Kontakt zum mächtigen Pluto. Und was sie uns sagen will ist dies. Wir brauchen jetzt Mut und Tiefe in unseren Beziehungen. Dann können wir es schaffen. Gemeinsam sind wir stärker als jeder für sich. Götterbote Merkur hat in der Finsternissaison eine entscheidende Aufgabe. Er steht ja aktuell im temperamentvollen Widder und wird dort am 2. April rückläufig. Deshalb aktiviert er dreimal die Stelle im Horoskopkreis, auf der die Sonnenfinsternis stattfindet. Sozusagen um uns so richtig ins Bewusstsein einzuhämmern, worum es hier geht. Zunächst denken wir vielleicht nur über unsere Themen nach, so im Kopf und können noch ein bisschen innere Distanz dazu entwickeln. Aber wenn der Merkur dann rückläufig ist, bringt er die Themen nochmal viel intensiver in unser inneres System ein. Am intensivsten wirkt er in den Tagen rund um die Sonnenfinsternis, wo es darum geht, unser Bewusstsein mit unseren Seelenkräften in Einklang zu bringen. Wir können dann wirklich wichtige Erkenntnisse darüber erhalten, was wir jetzt brauchen, um eine Heilung zu erzielen und auch, was die Ursache des Problems ist. Wichtig ist noch zu wissen, man sollte in den Tagen rund um die Sonnenfinsternis nichts überstürzen. Merkur ist rückläufig und ich glaube, wir tun gut daran, die Kraft der Sonnenfinsternis erstmal in unserem Herzen einzuschließen oder nur mit ganz vertrauten Menschen das zu teilen, was uns jetzt wichtig ist. Am besten, wir lassen unsere Erkenntnisse und Erlebnisse zur Sonnenfinsternis erstmal ein bisschen in uns reifen, bevor wir sie mit weiteren Personen oder in der Öffentlichkeit teilen. Und am besten warten wir ab bis zum 25. April, dann wird Merkur wieder direktläufig. Ich vermute, dass die Dinge sich in der ersten Maiwoche und vor allem um den 7. Mai herum rasant entwickeln werden. Ja, ich sag's euch ganz ehrlich, man könnte diese Konstellation auch sehr düster interpretieren und daraus alle möglichen Doom- und Gloom-Vorhersagen ableiten. Ich mach sowas nicht, das wisst ihr ja, denn ich finde es wichtig, die positiven Perspektiven im Auge zu behalten. Im Gegenteil, was ich euch hier sage, dient auch dazu, euch abzuholen und Mut zu machen, wenn ihr vielleicht verunsichert seid, weil ihr Vorhersagen gehört habt, die euch Angst machen. Chiron, der Heiler, legt uns nahe, dass eine wichtige Heilung ansteht, wenn auch vielleicht mit Schmerzen. Und dass wir auf diese Weise einen großen Reset machen können, einen echten Neuanfang erleben oder vielleicht eine Art Geburtserlebnis haben. Und eine Geburt, das wisst ihr ja, ist auch nicht gerade ein Spaziergang. Wir werden es alle erleben, es ist nicht mehr lange hin und ich wünsche uns, dass wir das Beste aus dieser Konstellation für uns und die Welt machen können. Und in meinem großen Monatshoroskop für den April gehe ich dann auch ausführlich darauf ein, welche Themen bei eurem Sternzeichen und eurem Aszendenten durch die Sonnenfinsternis aktiviert werden. Und davon könnt ihr euch natürlich auch anregen lassen. Außerdem habe ich noch einen ganz wichtigen Tipp. Schaut euch auch das Video über den aktuellen Mondknotenzyklus an. ein neuer Karma-Zyklus beginnt, denn die beiden Finsternisse, die wir jetzt erleben, sind eng mit den Mondknoten verbunden und ihr könnt diese Infos auch nutzen, um die Finsternisse besser zu verstehen. Ich hoffe, es gelingt uns allen, das Beste aus dieser super wichtigen Finsternissaison zu machen. und ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. in Ordnung. In Ordnung.